Ja, hallo alle miteinander. Sorry, ich bin ein paar Minuten spät, aber wir hatten noch eine richtig gute Trainingseinheit und die hat ein bisschen länger gedauert. Ja, ich freue mich drauf, einfach auf unseren Austausch in der Zukunft, auch über Facebook Live. Das ist eigentlich etwas, was ich sehr, sehr gerne auch gemacht habe. Die Jahre über, als ich Nationaltrainer war in den USA, vor fünfeinhalb Jahren, haben wir uns oft mit den Fans ausgetauscht über diese Kommunikationsplattform, weil ich das einfach toll finde, dass man direkt miteinander reden kann oder zumindest auf die Fragen reagieren kann, die ihr alle da auf dem Herzen habt. Also ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen in den Medien verfolgt habt, aber das ist natürlich schwer oder fast nicht möglich, weil Andi Köpke ist unser Bundes-Torwart-Trainer und den braucht der Jogi Löw dringend für die Europameisterschaft. Und die Absprache war, dass er uns einfach mal hilft diese Wochen, hilft diese Wochen, bis wir so richtig in die Gänge kommen. Also sprich bis Weihnachten. Hoffentlich hat er einen großen Anteil daran, dass wir jetzt mehr Punkte sammeln, bis es in die Winterpause geht. Die Vereinbarung ist eigentlich die, dass er wirklich dann danach wieder ab Januar beim Jogi ist. Und er spielt ja auch eine große Rolle in den Vorbereitungen für unsere Nationalmannschaft Richtung Europameisterschaft. Also es ist nicht nur so, dass er Torwart-Trainer ist, sondern er ist ja eigentlich auch vieles mehr. Er ist im Hintergrund, scoutet viele Spieler, die gehen überall europaweit rum und schauen sich die Gegner an und diskutieren permanent nach Lösungen, wenn sie dann richtig in die Europameisterschaft reingehen. Also deswegen, wir sind total happy, dass er mitgemacht hat oder dass er mitmacht jetzt noch bis Weihnachten. Was danach kommt, also wie gesagt, da glaube ich nicht, dass wir den Andi dann noch bei uns haben. Ja, Jav, also so wie wir ihn hier nennen, ist fit. Er macht einen sehr guten Eindruck bei uns im Training. Und er lauert natürlich und ist heiß auf seine Chance. Der Kader ist sehr voll im Moment. Er ist richtig gut besetzt. Von daher ist es auch schwierig, jetzt für einen Trainer letztendlich immer wieder nach Lösungen zu suchen, dass alle irgendwie zum Zuge kommen. Letztendlich kann jeder Trainer nur elf aufstellen. Also geht halt nicht. Und dann musst du ein paar Einwechslungen machen während der Spielzeit, die dann auch taktisch bedingt sind, die dann dementsprechend auch so rüberkommen, wie es jetzt dem Spielergebnis oder auch dem Spielverlauf dann gerecht werden. Und natürlich hoffe ich, dass der Jav da mehr Spielzeit bekommt, weil er ein richtig guter Junge ist. Und vor allem natürlich, weil er auch Qualitäten hat. Also mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Improvisation. Und da kann er den Gegner immer wieder vor große Probleme stellen. Also er ist ganz, ganz fester Bestandteil der nächsten Monate bei uns. Ja, Niklas, finde ich eine spannende Frage, weil hier in Deutschland ist ein bisschen gang und gäbe, dass man immer gerne erzählt, welche Systeme gespielt werden. Ob jetzt ein Trainer ein 4-3-3-Fanatiker ist oder wie du sagst jetzt ein 4-2-3-1 dann ist. Oder ein 4-4-2 oder ein 4-4-1-1. All diese Zahlen sind eigentlich unwichtig, weil letztendlich der internationale Fußball, ich sage jetzt mal vor allem von der Creme, der Top 8 oder 10 Klubs in Europa, die geben den Ton vor. Und die geben die Musik vor. Und dann letztendlich kopieren die Nationalmannschaften all diese Erkenntnisse auf ihre Umfelder. Und dann wirst du bei der nächsten Europameisterschaft im Sommer, wirst du dann die Dinge sehen, die eigentlich die Champions League vorgibt. In den letzten Jahren ist ganz klar der Trend dahingehend, und vielleicht hat da Spanien so ein bisschen den Vorläufer gemacht, dass es weniger um das System geht, sondern um eine komplette Ausbildung der Spieler. Das heißt praktisch, dass die Mannschaft gemeinsam verteidigt und auch gemeinsam angreift. Dass sie sehr kompakt steht und alles zumacht, wenn es defensiv gearbeitet wird und sich sofort öffnet in verschiedenen Variationen, wenn es nach vorne geht. Aus welchem Spielsystem heraus du das machst, ist eigentlich gar nicht mehr wichtig. Das ist zwar vielleicht in der Trainerausbildung noch wichtig, ob das da an der Tafel zu zeigen, aber in der eigenen Umsetzung siehst du das immer weniger. Wenn er ein bisschen, und heute Abend ist er Champions League, und morgen ist er auch Champions League, wenn er diese Spiele verfolgt und der Bildschirm ein bisschen aufgemacht wird von der Kamera, dann könnt ihr sehen, dass teilweise auch Topmannschaften in der Welt, wie ich sage jetzt mal in Manchester City oder in Inter Mailand und wie sie alle heißen, die da drin sind, auch mal hier und da mit fünf, sechs, sieben Leuten in einer Kette in der Abwehr stehen zum Beispiel und dann davor noch mal zwei haben oder auch drei haben. Das heißt dann, dass sie mit zehn eigentlich verteidigen und sich sofort nach Ballgewinn dann wieder in die andere Richtung bewegen und dann sehr variabel sind. Also wenn ihr oftmals lest, auch in den Medien, dass da ein großes Thema, also das Spielsystem ist, ob wir jetzt zum Beispiel mal umgestiegen sind auf eine Dreierkette, was ja dann automatisch eine Fünferkette wird, oder auch andere Systeme. Also gebt dem, das ist nur mein Vorschlag jetzt, gebt dem nicht zu viel Bedeutung. Auch da ähnlich, Max, ähnlich wie auch beim Arne, es ist natürlich schwierig jetzt, wenn du erstmal im zweiten Glied im Moment bist, dann auch gleich zu Einsatzzeiten zu kommen. Also ich glaube mit Arne und mit Jordan Torunariga zwei Megatalente, zwei absolute Megatalente, die da sind und die sind bereit, die sind immer näher an der Truppe dran. Ich wünsche mir, ich könnte sie alle spielen lassen, aber im Moment müssen wir natürlich auch sagen, wir müssen jetzt erstmal die Punkte einfahren, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir einen Rhythmus aufnehmen und jeder sich wirklich immer besser kennenlernt auf dem Spielfeld. Und wenn da jetzt der Jordan im Moment nicht so richtig zum Zuge kommt, dann erkläre ich ihm das. Aber ich kann da bestätigen, der macht sich gut im Training, der haut sich rein ins Training und ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Pavel, ich sage das so, wie ich es denke, wir brauchen ein reines Fußballstadion, aber so schnell wie es möglich ist. Also wirklich so schnell wie möglich braucht Hertha ein reines Fußballstadion. Weil ein reines Fußballstadion, und da nehme ich gerne als Beispiel auch unseren Rivalen Union, bringt dir im Jahr, sage ich mal, lockere acht bis zehn Punkte. Ja, wenn du ein Stadion hast, wo deine Fans richtig nahe dran sind, wenn du die spürst, wenn du die hörst, wenn da Stimmung ist, stell dir mal vor, die Ostkurve in einem reinen Fußballstadion, was da bebt und was da abgeht, das ist der Wahnsinn. Und es gibt der Mannschaft dann unglaublich Selbstvertrauen, Rückhalt, und es gibt also locker, ich sage locker, acht bis zehn Punkte mehr im Jahr. Und wenn du die schon mal hast, acht bis zehn Punkte mehr im Jahr, weil du richtig Emotion und richtig Atmosphäre hast, dann ist das schon mal ein gutes Startpotenzial. Also von daher, wir brauchen ein reines Fußballstadion in Berlin für die Hertha, so schnell wie möglich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Also ich denke, das ist eine Kommunikationsplattform, die hoffentlich euch Spaß macht. Mir macht es Spaß, und bis zum nächsten Mal dann. Euer Jürgen. Tschüss.